Musik Sehr ausschlaggebend, dass ich den Mitjob bekommen habe, ist, dass ich perfekt auf das ausgeschriebene Profil gepasst habe. Das, was ausgeschrieben war, habe ich gemacht, auch schon in Projekten vorher gemacht. Sicher die Qualifikation, weil die nicht besetzt war bisher und ich da sehr viel Erfahrung mitbringen konnte. Weil ich Logistik studiert habe, was genau in das Anforderungsprofil passt. Ich bin ein sehr direkter Mensch, ein offener Mensch und ich arbeite sehr, sehr gerne im Team. Weil ich überzeugt habe, dass ich die Leistung bringe, die erforderlich ist, die Skills mitbringe und es mir Spaß gemacht hat und ich von Anfang an den Einsatz gezeigt habe. Dass ich gut in das Jobprofil gepasst habe aufgrund meiner Ausbildung. Ich habe auch bereits vor dem Studium Erfahrungen in unterschiedlichen Bereichen sammeln können. In unser Ziel passt besonders gut bodenständige Leute, die fachlich ziemlich fit sind, anpacken können und eher unkompliziert sind. In meinem Bereich sollte man eine gewisse Flexibilität mitbringen, gerne gestalten, gerne Dinge verändern. Wichtig, um im Logistikbereich zu arbeiten, ist natürlich eine fundierte Ausbildung. Das muss sein. Begeisterungsfähigkeit, man braucht Engagement. Unser Bereich ist so mannigfaltig, dass man da gar nicht sagen kann, was wichtig ist und was nicht. Der Grundverständnis für die Thematik an sich ist wichtig. Die kann man sich auch aneignen ohne Studium. Die Kommunikation, dass die durchaus getätigt wird oder dass man da ein bisschen stärker ist. Weil es ist ein großes Unternehmen und Kommunikation steht immer im Vordergrund.